Heute ist die Dartvorstellung der Shark Pro Darts zu sehen. Einmal in Softdart und dann gibt es noch drei Stildart-Varianten. Einmal der Shark Pro Typ A, Typ B und Typ C. Jetzt schauen wir uns die mal genauer an. So, jetzt schauen wir uns mal die Typ A Variante an und zwar zuerst der Softdart. Der hat einen tollen Shark Grip, ein geradliniges Barrel und hier oben noch die Lasergravur von Bulls in L. Dazu gibt es einen Satz blauen Aluschafts und hier diese Shark Flights. Dann die Stildart-Variante. Sieht ähnlich aus, nur, dass sie vorne eben ein bisschen spitz zulaufender ist, weil sie sich natürlich auch nicht an das 2BA-Gewinde vorne halten muss. Auch wieder mit dem Logo drauf und einem Satz blauen Aluschafts. Der nächste Data-Serie ist der Shark Pro Typ B. Ihr seht schon, etwas anders. Er hat nämlich einen ganz feinen Shark Grip. Man denkt, erst auf den ersten Blick ist es ein Ringgrip, aber es ist ein Shark Grip. In der Mitte habt ihr wieder das Logo von Bulls und dasselbe Setup wie bei dem Darts davor. Der Barrel ist ausgewogen und liegt super in der Hand. Der letzte Data-Serie ist der Shark Pro Typ C und den gibt es in 15, 17 und 19 Gramm als Stildart. Also auch ganz besondere Gewichte. Sieht so aus. Ist nach vorne leicht dicker, also ganz minimal kopflastig und hat auch wieder diesen tollen Shark Grip, der aber nicht zu aggressiv ist. Und zum Schluss möchte ich euch jetzt noch mal die drei Barrels im direkten Vergleich zeigen. Von links nach rechts Typ A, B und C. Ihr seht schon, die B-Variante ist die längste Variante und sie haben alle einen unterschiedlichen Shark Grip.